Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blocktrainer. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr eure allerersten Bitcoin kaufen könnt. Und dann natürlich auch an der Stelle, worauf hier zu achten ist. Denn das erste Mal Bitcoin kaufen ist ein sehr aufregender Prozess. Vor allem, weil das meistens damit einhergeht, dass man diese Bitcoin auch selber verwahrt und selber besitzt. Zumindest sollte das so sein. Worauf ihr dabei achten müsst, wie das Ganze wirklich vonstatten geht, das erfahrt ihr in diesem Video und damit ganz viel Spaß. Was ihr auf jeden Fall vor dem Kauf von Bitcoin beachten solltet, ist, dass es hier zwei unterschiedliche Art und Weisen von Dienstleistern gibt, die man dafür heranziehen kann. Das eine sind Dienstleister, die für euch eure Coins verwahren. Das sind sogenannte Custodial Dienstleister. Und das andere sind Dienstleister, die euch eure Bitcoin sofort auf eine eigene Wallet schicken. Eine Wallet, also so eine Briefbörse, wenn man so möchte, oder Portemonnaie, die ist in der Lage, dass eben eure Bitcoin von direkt euren technischen Geräten, zum Beispiel im Smartphone oder im Computer, versendet werden können. Und dass es keine Vertrauenspartei dafür braucht. Und dafür, damit das eben funktioniert und auch mit so einer Art Standard funktioniert, bekommt ihr so eigene Wörter, so eine sogenannte Seed Phrase. Die ist dann wie so ein Passwort. Mit diesen Wörtern könnt ihr immer wieder eure Bitcoin-Bestände herstellen. Und diese Passwörter sind einmalig. Also diese Seed-Wörter, meistens sind es 12 oder 24, die sind eben nur bei euch und die darf auch niemand außer euch sehen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig an der Stelle. Das ist das Allerwichtigste überhaupt, um hier zu starten, weil genau darum geht es heute, dass ihr sicher seid, dass ihr diese Wörter eben gut verwahrt, weil damit eben alles immer wieder hergestellt werden kann. Ganz kurz, um das mal so ein bisschen zu erklären, wie das aussieht. Im Endeffekt werden diese Wörter zufällig erstellt mit Zufallsgeneratoren. Und wie gesagt, das sind meistens 12 oder 24 Wörter. Ja, und daraus werden Schlüssel erzeugt. Und mit diesen Schlüsseln könnt ihr eure Bitcoin-Transaktionen ausführen. Denn Bitcoin, die ihr kauft, die liegen immer in der Bitcoin-Blockchain. Also gar nicht wirklich auf eurem Smartphone. Euer Smartphone oder euer PC, der verwaltet eben nur diese Schlüssel. Und mit diesen Schlüssel könnt ihr aber dem Netzwerk beweisen, dass ihr diese Bitcoin besitzt und sie dann auch verschicken. So ist die Funktionsweise. Und das ist auch die Besonderheit von Bitcoin. Die Bitcoin unterscheidet von einem klassischen Bankensystem. Also zum Beispiel eure Euro, die auf dem Bank-Account liegen, die könnte die Bank jederzeit sperren. Die könnte sie euch wegtransferieren. Und da kann eine Bank aber auch theoretisch eine Fehltransaktion rückgängig machen. Auch das ist bei Bitcoin also nicht möglich, weil ihr jetzt sozusagen selber eure eigene Bank seid. Also ihr verwaltet wirklich selber diese Schlüssel, mit denen ihr eure Bitcoin verschicken könnt. Und niemand sonst kann das und keiner kann euch diese wegnehmen. Das ist die Besonderheit. Ja, und wir schauen uns das Ganze heute als Beispiel mit der Relay-App an. Und weil ich hier diese App zeige, blende ich hier natürlich unten auch das kleine Werbung ein. Ja, wenn ihr die Relay-App das allererste Mal geöffnet habt, dann habt ihr an der Stelle eine Auswahl, eben ob ihr einen neuen Seed, eben diese zwölf Wörter in dem Fall, erstellen wollt oder wiederherstellen wollt. Und das heißt, jetzt als neuer Nutzer sagen wir deine Wallet erstellen. Und in dem Moment gibt es jetzt weitere Abfragen. Als erstes möchte die App von euch wissen, auf welcher Sprache ihr eben später diese App verwenden wollt. In diesem Fall jetzt auf Deutsch. Dann welche Währung, also den Euro, ihr verwenden möchtet. Und dann fragt euch die App, ob ihr einen Empfehlungscode habt. An der Stelle könnt ihr gerne den Code Blocktrainer verwenden. Damit spart ihr später noch ein paar Gebühren. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Das heißt, ihr klickt hier auf Jetzt hinzufügen und fügt hier den Code Blocktrainer ein. Als nächstes wärt ihr einen sicheren Pin, nicht wie hier in meinem Fall 1234, sondern einen Pin, den eben nur ihr wissen könnt. Zu guter Letzt gibt es noch die Nutzungsbedingungen. Und nachdem ihr die gelesen habt, könnt ihr die unten mit dem Haken bestätigen und dann auf Weiter klicken. Jetzt im nächsten Fenster sehen wir, dass eure Wallet erstellt wird. Das ist eben dieser Zufallsprozess, wo dein Handy dann im Hintergrund eben diese Wörter zusammenstellt und am Ende damit deine Wallet erzeugt. In der Wallet angekommen, seht ihr oben euer Guthaben und darunter die Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen. Weiter unten gibt es dann noch den Punkt Transaktionshistorie, Investitionen, wo ihr genau seht, was ihr alle schon an Bitcoin gekauft habt und wie viel Gegenwert ihr jetzt in der App habt. Und euer Profil, wo ihr diverse Einstellungen vornehmen könnt. Zum Beispiel, dass ihr das Handy bzw. die App eben mit der Touch-ID oder eben mit der Gesichtserkennung entsperren könnt. Als allererstes schauen wir hier aber uns den Punkt Sicherheit an. Und über diesen Punkt können wir nämlich dann mit der Face-ID, die wir gerade aktiviert haben, uns die Wörter anzeigen lassen. Und diese zwölf Wörter, die gilt es jetzt als erstes zu notieren. Das könnt ihr beispielsweise auf einem Stück Papier machen oder unter Umständen sogar in sowas wie Stahlstanzen. Da gibt es verschiedene Verwahrmöglichkeiten. Für den Anfang muss man aber sagen, reicht es, sich das zu notieren, wenn es um kleinere Werte geht. Also es macht irgendwann Sinn, wenn man wirklich mehr Bitcoin besitzt, dann eine zusätzliche Verwahrmöglichkeit sich zu suchen. Zum Beispiel eine sogenannte Hardware-Wallet. Ja, so sieht das aus. Damit könnt ihr dann eure Bitcoin sicher verwahren bzw. eben die Schlüssel. Und nur wer Zugriff daran hat, der kommt dann auch wirklich da dran. Und das schützt euch dann zum Beispiel nochmal vor Viren oder vor Keyloggern und solchen Dingen. Ihr könnt eure Wörter in Stahl stanzen. Da gibt es auch tolle Lösungen, zum Beispiel den C-Door oder den Exit-Key. Beide verlinke ich euch unten einmal in der Videobeschreibung. Aber all diese zusätzlichen Lösungen sind relativ teuer und die lohnen sich erst ab einem gewissen Punkt. Also wenn man wirklich schon viel Geld in Bitcoin gespart hat. Bevor wir jetzt also loslegen, müsst ihr die Wörter notieren. Wenn ihr diese notiert habt, klickt ihr unten auf Erledigt. Jetzt müsst ihr noch bestätigen, dass ihr die Wallet wirklich gesichert habt. Und an der Stelle werden dann auch drei Abfragen gestellt. Bitte aufmerksam lesen und auch wirklich sicher sein, dass ihr die Wörter alle notiert habt. Und dann können wir uns nämlich diese Funktion in der Relay-App anschauen. Mit einem Klick unten auf das Plus bekommen wir ein Auswahlfenster. Da gibt es die Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen, zu verkaufen oder eben auch zu versenden oder zu empfangen. Also wenn ihr zum Beispiel die Bitcoin, die auf eurer Wallet der Relay-App liegen, auf eine eigene Wallet wie eine harte Wallet schicken wollt, dann könnt ihr das über diesen Vorgang machen. Beim ersten Klick auf Kaufen weist einem die App auch nochmal darauf hin, dass man erst seine Wörter sichern soll. Das habt ihr im Idealfall jetzt schon getan. Am Ende dieses Vorgangs möchte jetzt die App eure Wörter noch bestätigen, um sicher zu sein, dass ihr sie wirklich notiert habt. Und dementsprechend müsst ihr sie nochmal eingeben. Ja, die App meldet euch dann ein positives Feedback, wenn die Wörter korrekt angegeben wurden. Und dann habt ihr ab jetzt die Möglichkeit, jederzeit Bitcoin zu kaufen. Also ihr müsst jetzt nicht jedes Mal diese Wiederherstellungsphrase wieder eingeben, sondern es ist nur zur ersten Absicherung gewesen. Ja, und jetzt eine Besonderheit bei der Relay-App. Ihr könnt einmalig im Monat für 0% Gebühren Bitcoin kaufen. Und zwar bis zu 100 Euro im Monat. Aber nicht per Sparplan, sondern nur per Einmalkauf. Das wäre die Option hier oben in der App. Hier stehen euch verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Bitte darauf achten, dass natürlich eure Bankverbindung oder der jeweilige Kartenanbieter unter Umständen auch noch Gebühren nimmt für eine Transaktion. Alles in allem solltet ihr eben sonst auch schauen, dass das Ganze natürlich ein Schweizer Bankkonto ist. Unter Umständen blockiert eure Bank also diese Zahlung. An der Stelle kann es eben notwendig sein, dass ihr mit eurer Bank sprechen müsst und sagen müsst, Hey, ich möchte eine Zahlung auf ein Schweizer Bankkonto machen. Dementsprechend nicht wundern. Manchmal blocken die Banken das. Bei mir war es jetzt nicht der Fall. Aber bei anderen habe ich das schon mal gehört, dass dann die Bank sagt, Hey, bevor hier eine Auslandsüberweisung stattfindet, möchten wir erst eine Bestätigung, dass das auch in Ordnung ist. Das ist aber in den meisten Fällen eigentlich kein Problem. Ich möchte euch nur darauf hinweisen. Vorher macht es erstmal Sinn, überhaupt einen kleinen Betrag auszuprobieren, bevor man wirklich mit größeren Summen da irgendwas macht und auch sich eine gute Strategie zu überlegen, wie man überhaupt in Bitcoin investieren möchte. Weil das ist hier auch eben die große Frage. Will man sofort alles Geld, was man hat, da reinstecken? Oder sagt man, nein, ich mache das lieber zum Beispiel mit einem Sparplan, wo ich regelmäßig zu den gleichen Euro-Beträgen kaufe und mich als emotionalen Faktor aus diesem Investment komplett rausnehme. Weil das ist häufig ein großes Problem. Wenn der Kurs dann so richtig hoch geht und man denkt, Oh, der findet immer neue Höhen, der wird nie wieder runterfallen. Da werden dann viele Leute wirklich panisch und verfallen in so ein FOMO, so ein Fear of Missing Out, diese Angst, was zu verpassen, und stecken dann all ihr Geld rein und dann fällt der Kurs um 50% und bleibt dort eben zwei, drei Jahre. Und dann kann das für den einen oder anderen eine wirklich heftige Achterbahn der Gefühle werden. Das heißt, was sich hier eben als gute Strategie herausgestellt hat, ist zu sagen, ich mache das einfach per Sparplan, so ein sogenanntes DCA, Dollar Cost Averaging, wobei man da hier eher Euro Cost Averaging sagen müsste. Und dann sieht man, naja, je länger man dabei ist, wenn man regelmäßig kauft, bildet man irgendwann den stetig immer neuen, höhenfindenden Bitcoin-Kurs ab, auch wenn er mal eben niedrig steht. Wenn er niedrig steht, kauft ihr mehr Bitcoin für euren Euro-Betrag. Wenn er hoch steht, kauft ihr ein bisschen weniger. Aber am Ende habt ihr dann einfach einen Durchschnitt, der einfach dieser Aufwärtskurve gefolgt ist. Und dann hat man seinen Einstiegskurs unter Umständen ab einem gewissen Punkt auch einfach überstiegen. Und dann ist einem auch die Schwankung egal, die es danach gibt. Mal steht dann hoch, mal niedrig, man ist dann einfach die ganze Zeit im Plus. So in der Theorie. Und genau an der Stelle macht also ein Sparplan Sinn. Also vor allem, wenn ihr mehr als 100 Euro im Monat sparen möchtet in Bitcoin, dann macht der Sinn. Also bis 100 Euro könnt ihr ja gebührenfrei einen Einmalkauf machen. Den müsst ihr dann wirklich selber jedes Mal durchführen. Und mit dem Sparplan habt ihr zwar diesen Vorteil nicht, dass er gebührenfrei ist. Da fallen dann je nachdem, wie ihr das macht, da kommen wir gleich nochmal drauf, 1% Gebühren eben an. Und dann habt ihr an der Stelle eben aber die Möglichkeit zu sagen, hey, ich sende da einfach jeden Monat per Dauerauftrag Geld hin. Und in dem Moment, wenn es ankommt, wird es einfach in Bitcoin getauscht. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit bei Relay. Relay verwaltet oder verwahrt niemals euer Geld. Das heißt, in dem Moment, wo ihr es überweist, an deren Bankkonto kaufen die sofort Bitcoin. Und das ist sofort bei euch dann in der Eigenverwahrung, das heißt unter eurer Wallet verfügbar. Das heißt, Relay kommt da nicht dran. Und alles, was dieser Dienstleister tut, ist eben diesen Swap durchzuführen, also den Tausch einmal von eben Euro dann zu Bitcoin. Ja, über den Punkt Auto-Invest seht ihr schon, auch hier gibt es wieder die drei Bezahlmöglichkeiten. Und an der Stelle, wenn ihr hier jetzt Bitcoin kaufen wollt, macht ihr das wie folgt. Ihr geht auf euer zum Beispiel Bankkonto in diesem Fall und gebt hier eure Kartendaten ein. Am nächsten Fenster seht ihr dann die Auftragssumme, in diesem Fall 100 Euro. Ihr seht das Gebührenmodell. Und hierbei ganz besonders, wenn ihr auf das kleine i klickt, dann seht ihr, dass das Gebührenmodell eigentlich 2,5% sind. Ihr diese aber eben verringern könnt. Zum einen eben mit einer Mindestsparsumme von 100 Euro, schon mal 0,5% Gebühren weg. Zum anderen, weil es ein Sparplan ist. Und dann seht ihr unten, der noch ausgegraute Punkt jetzt in meinem Fall wäre der Empfehlungscode. Auch hier kann man dann separat, falls ihr das eingangs in der App noch nicht getan habt, den Empfehlungscode Blocktrainer hinterlegen. Dafür klickt ihr unten einfach auf hinzufügen und gebt hier den Code Blocktrainer ein. Mit dem Code unterstützt ihr dann auch unsere Arbeit und finanziert die Möglichkeit, eben Videos für euch zu produzieren an der Stelle. Und ihr spart eben 0,5% nochmal der Gebühren und kommt dann so mit eurem Sparplan auf 1% Gebühren. Ein weiterer interessanter Punkt ist unten, wenn ihr den Haken externe Wallet anklickt. Denn wenn ihr das macht, könnt ihr quasi auch sofort auf eure eigene, zum Beispiel Bitbox, eure Coins senden. Das heißt, ihr habt dann gar nicht mehr die Wallet auf eurem Handy, sondern sofort die eigene Wallet, die Bitbox. Das ist eher für fortgeschrittene Nutzer gedacht. Und wenn ihr das machen wollt, gibt es aber hier auch noch eine kleine Problematik. Das ist regulatorischer Natur. An der Stelle muss Relay verifizieren, dass es wirklich eure Wallet ist. Das heißt, ihr müsst mit eurer Wallet dann eine Nachricht signieren. Wie das funktioniert, da habe ich ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Nachricht mit Hardware Wallet signieren. Bitcoin-Verifikation der eigenen Wallet. Das Video, wie gesagt, findet ihr unten. Damit könnt ihr diesen Prozess machen. Dann habt ihr es eben sofort auf der eigenen Wallet. Aber als kleiner Hinweis an der Stelle. Der Vorteil ist, wenn ihr es erstmal auf die Relay Wallet schickt, die ja durch die App dazukommt, hat diese App quasi für euch ja schon diese Verifikation gemacht. Das heißt, ihr könnt von dort dann einfach auf die eigene Wallet auszahlen, jederzeit, also Bitcoin schicken, weil es ja nur eine Transaktion im Netzwerk ist. Und euer Investment auf die normale Wallet ist damit eigentlich dann schon abgedeckt. Also ihr müsst euch das eben überlegen. Ihr braucht es also nicht auf die eigene Wallet machen. Ihr könnt auch später noch auf die eigene Wallet schicken. Nur ihr spart euch diesen Zwischenschritt, dass es dann nicht erst auf die Handy-Wallet geht. Dann machen wir den Haken bei externe Wallet verwenden erstmal wieder weg. Bestätigen unten, dass wir die Transaktion so ausführen möchten beziehungsweise den Sparplan so einrichten möchten. Und jetzt ist er in der App hinterlegt. Das nächste, was ihr seht, ist jetzt die Möglichkeit, an Relay Geld zu überweisen. Und zwar alle relevanten Informationen, die ihr braucht, wie zum Beispiel die IBAN. Und könnt jetzt einfach bei eurer Bank einen Dauerauftrag einrichten, der dann zum Beispiel eben, wie in diesem Fall, wöchentlich ab einem Zeitpunkt, den ihr euch eben überlegt, dann diese 100 Euro an die App überweist. Und immer, wenn das Geld dann angekommen ist, wird es automatisch in Bitcoin getauscht und taucht dann in eurer App eben auch auf. Zurück im Dashboard seht ihr jetzt auch den Punkt, da steht jetzt Auto-Invest. Das heißt, ihr könnt hier euren Sparplan in der Mitte sehen und darüber auch verwalten. Wenn ihr diesen anklickt, seht ihr, dass jetzt in diesem Fall die Zahlung ausstehend ist. Und dann könnt ihr unten zum Beispiel, wenn ihr den versehentlich angelegt habt, auch einfach wieder stornieren. Denn der wird auch nur ausgeführt, wenn ihr wirklich das Geld an der Stelle auch überweist. Ist das Geld dann angekommen und in Bitcoin getauscht worden, zeigt euch die App dann oben euren Kontostand auch an. Da seht ihr dann einmal den Euro-Betrag und darunter auch die Menge an Bitcoin. In diesem Fall sind es 0,004 und so weiter. Wenn ihr die Bitcoin jetzt auf eine eigene Wallet versenden wollt, sowas wie zum Beispiel eben die Bitbox, dann könnt ihr jetzt unten auf das Plus klicken und auf Senden. An der Stelle aktiviert das Telefon die Kamera, denn ihr könnt ihr zum Beispiel einen QR-Code scannen, wo ihr dann die Bitcoin einfach hinschicken könnt, wo hinter sich dann eben eure Bitcoin-Adresse befindet. Ihr könnt aber auch unten über den Punkt einfach manuelle Eingabe dann auch die Adresse selber eingeben und dann zum Beispiel einfach kopieren und einfügen. Und dann gehen die Bitcoin dorthin. Wer sich bei diesem Prozess unsicher fühlt, sollte vielleicht das allererste Mal erstmal nur einen ganz kleinen Betrag in Bitcoin schicken, so ein, zwei Euro Gegenwert, um sicher zu sein, hey, dieser Prozess funktioniert so, das Geld kommt wirklich an. Habt ihr die Bitcoin-Adresse eingegeben und geht auf Weiter, könnt ihr jetzt den Betrag eingeben, den ihr versenden wollt. Und jetzt, wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel einen kleinen Betrag nehmt, also eine gewisse Grundgebühr sollte er haben, denn auch das Netzwerk, das Bitcoin-Netzwerk, hat eben ein Gebührenmodell. Das entsteht einfach dadurch, dass die Miner ja neue Blöcke finden, wo alle eure Transaktionen aufgenommen werden und dafür werden sie bezahlt. Je nachdem, wie ausgelastet die Bitcoin-Blockchain ist, also wie viele Transaktionen dort durchgeführt werden sollen, kann das mal länger und mal schneller gehen, also bis so eine Transaktion auch wirklich durchgeführt wurde. Und ihr habt hier noch die Möglichkeit, jetzt in diesem Fall seht ihr, sind ungefähr ein Euro Gebühren für eine mittellange Wartezeit. Das könnt ihr beeinflussen, indem ihr hier rechts auf den kleinen Stift klickt und eben eine andere Gebühr auswählt. Zum Beispiel mache ich jetzt hier unten mal die acht Satoshis pro Virtual Byte und das heißt, die Transaktion wird dann ausgeführt, wenn das Netzwerk gerade mal nicht so viel zu tun hat. Also das kann ein bisschen dauern. Ist aber dann nicht schlimm, wenn ich die Zeit habe, dann kann es aber wirklich auch mal Tage dauern. Wenn das ein bisschen schneller gehen soll, könnte man zum Beispiel hier auch 20 wählen oder eben noch schneller. Je höher die Gebühren sind, desto schneller geht die Transaktion eben auch durch. Ja, jetzt wird die Transaktion nur noch bestätigt über den Punkt Jetzt senden und ist damit dann auch durchgeführt. Das heißt, am Ende habt ihr jetzt Bitcoin gekauft und auf die eigene Wallet transferiert, sofern man das möchte. Alles andere ist natürlich der reine Kaufprozess. Man kann die Bitcoin auch einfach in der App liegen lassen. Man kann sie auch von dort theoretisch jederzeit wieder verkaufen oder eben auch woanders hinschicken. Das ist kein Problem, denn wie gesagt, das ist schon eure eigene Wallet. Das ist der große Vorteil an der Stelle. Ja, und dann als nächsten Punkt, also wenn wirklich mal größere Werte in eurer App liegen, dann kann man sich Gedanken machen eben über die weitere Verwahrung, eben sowas wie eine Hardware-Wallet, in diesem Fall die Bitbox, oder auch ganze Stahl-Wallets, wie hier den C-Door beispielsweise, bei dem dann einzelne Plättchen in dieser Kapsel eingestanzt mit diesen Wörtern eben abgespeichert werden können, oder gar hier dieser Exit-Key, der das Ganze ähnlich macht, nur dass wir dann dabei eben nicht das Ganze auf Plättchen haben, sondern auf einem Stahlträger, der dann hier aufgelegt wird und später mit einer Vorrichtung gestanzt wird. Und auch dort hat man dann am Ende so Röhrchen, wo dann die Stahlträger drin liegen und verwahrt werden. Und auch hier könnt ihr natürlich ein paar Prozent sparen mit dem Code BLOCKTRAINER oder wenn ihr den Link unten in der Videobeschreibung verwendet. Und ansonsten schaut euch gerne mal auch weitere Inhalte auf unserem Kanal an oder auf blogtrainer.de. Hier findet ihr stetig News rund um das Thema Bitcoin, alles Mögliche, was auch in der Wirtschaft passiert und relevant ist für das Thema. Das haben wir hier als Newsartikel. Und wir haben ganz umfangreiche Wissensrubriken hier, zum Beispiel über die Frage, was ist Geld oder auch was ist Mining oder eine Wallet, wo auch die Grafik, die ich eingangs gezeigt hatte, drin eben aufgeführt ist. Ansonsten habt ihr hier über die Anbieterseite noch die Möglichkeit, weitere Anbieter zu finden, die auch verschiedenste Bereiche in dem Bitcoin-Bereich abdecken und da auch Vor- und Nachteile zu diesen Anbietern zu sehen. Oder ihr könnt ins Blogtrainer Forum kommen, dem größten deutschsprachigen Bitcoin-Forum, natürlich kostenlos und dort mit über 8.000 anderen deutschsprachigen Mitgliedern euch austauschen zu verschiedensten Themen rund um Bitcoin. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das geholfen und ein bisschen die Angst genommen, die ersten Schritte in Richtung Bitcoin zu machen. Ich empfehle immer, erstmal vorsichtig vorzugehen, mit kleinen Summen zu hantieren, bevor man eben hier größere Mengen investieren möchte. Man sollte ein bisschen sicher sein. Die Besonderheit bei Bitcoin ist einfach, dass wir jetzt eine Eigenverantwortung haben, eine Selbstverwahrung. Und das ist eben anders zur klassischen Finanzwelt, wo wir den großen Banken vertrauen müssen, was wir ja auch eigentlich nicht mehr wollen. Genau dafür ist Bitcoin ja unter anderem eine Lösung. Dementsprechend einfach mal hereinspringen ins kalte Wasser, aber mit Summen, die eben klein sind, wo man sich das vielleicht wagen kann, ohne dass man jetzt eben große Angst haben müsste. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr eure Bitcoin verwahrt, ob ihr das schon mit einer eigenen Hardware-Wallet macht oder sogar mit einer Stahl-Wallet. Und schreibt mir hier gerne auch mal in die Kommentare, ob dieses Video für euch hilfreich war. Das war es mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute. Und tschüss zusammen.